Was haben wir denn noch gemeinsam mit dieser Zeit? Weil das macht mir Angst. Die Geschichte wiederholt sich nicht immer perfekt, aber sie reimt sich immer. Da hatten wir die Venezuela-Krise, die ist ein, das war ursprünglich eine Handelsblockade. Das erinnert mich doch an diese EU-Sanktionen gegen China und Russland. Wir hatten den Russo-Japanischen Krieg. Das ist doch nichts anderes als heute der Taiwan-Konflikt, die Konflikte im südchinesischen Meer und die Nordkorea-Situation. Schützen Sie Ihr Vermögen unbedingt vor den Gefahren im Jahr 2024. Unser Gratis-Webinar Die größten Gefahren für Ihr Vermögen deckt die größten Gefahren auf und zeigt Lösungen. Handeln Sie jetzt. Melden Sie sich mit einem Klick hier an.